Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 120 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 3.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017